Happy Birthday Alom Milon, Happy Birthday Jaqem Rajah Aladin, Happy Birthday Rabiul Eskar, Happy Birthday Koyal Mel. Heute habe ich das Spiel Sturm, äh, Shoot. Viel Spaß. Okay, ich wollte gerade meinen alten Account wieder starten, aber der ist irgendwie nicht auffindbar, steht da, kriege ich die Nachricht. Wisst ihr, muss ich wieder von neu anfangen. Erst was, Rätsel hier lösen, fertig. Schwieriges Rätsel, wow. Dann müssen wir wieder alles erkunden. Ach, schön, dann haben wir wieder schießen. Bitch. Machen wir erstmal die Insel weiter. Können wir dann auch noch schießen, später. Schauen wir mal, wie weit wir kommen in den 10 Minuten. Gerade schießen, dann prallt er nach unten, von unten nach rechts. Und dann, was ist denn das? Ist umgekippt. So ein Mist. Er ist einfach umgekippt. Warte, nochmal. Ich schieße ein bisschen schnell, bevor er einschläft. No. Besser. Zack, Rätsel gelöst. Nachher wäre es auch ein bisschen schwieriger, die Rätsel, aber so am Anfang. Und es ist halt ein Kinderspiel. Da ist die Meerjungfrau. Mein Ziel ist es, heute bis zur Meerjungfrau zu spielen. Und immer die Sachen abzuschießen, die ich da abschießen muss. Festung, Läufe 3. Ich brauche noch Steine und ein Holz. Ich werde gehen. Ich denke mal, das müsste jetzt reichen. Jawohl. Okay. Ich kann einen Obstgarten bauen. Kapitel 1 abschließen. Dann legen wir mal los. Kapitel 1. Bis dahin muss ich spielen. Okay. 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 Okay, das war noch 8. Einfordern, einfordern, bestätigen. Warum ist mein letzter Spielstand nicht gespeichert? Ich habe mein Ticket, aber ich spiele noch ein kleines Stück weiter. Ich möchte hier ein bisschen mehr Jungfrau spielen. Und erforschen. Okay. Ein Angriff. Der erste Angriff, den wir machen. Angriff, let's go. Kommt da noch wer? Jawohl. Jawohl. Okay, wie komme ich da hin? Auf 4. Ich brauche Obst, Holz, also Tomaten oder Nahrung, Holz und Steine. Dann fangen wir mal an. Wir haben hier was. Hier haben wir was. Geläutert ist er. Ach, schon wieder. Ich werde gehen. Ich werde gehen. Ja. Okay. Mit der Weile habe ich schon 4 Arbeiter. Das ist schon mal gut. Geht alles schon ein bisschen schneller. Noch Holz. Steine brauche ich nicht mehr. Und Tomaten. Ich werde gehen. Ich werde gehen. Und, ah. Holz. Da müsste jetzt reichen, oder? Eine Truhe gefangen. Mit Holz. Noch besser. Ist mir auf jeden Fall voll. Verbessern. Den Schießstand auf Level 3. Verbessern. Verbessern. Okay. Jetzt brauche ich wieder Tomaten. Da ist Obst. Dann räumt ihr mal hier vorne so ein bisschen ab. Ab. Aufräumen. Jetzt mal. Ah, fehlen noch ein paar Tomaten. Da ist ein Tomat. Es haut am längsten die Kiste. Da sind immer. Okay. So. Eine Mailung Frau. Kapitel 2 abschließend. Stufe 16. Bis dahin noch. Du ahnst es nicht. Oh. Im Hintern geschossen. Gettet ab. Aufräumen. Das muss ich klicken. Aufräumen. Quister nach dive. Aufräumen. ich brauch nur noch zwei schüsse bis zu 18 18 war das ja gut dann passt das jahr fertig ich schaue es das video an die mario frau da kommen wir jetzt hin bevor wir das machen drücke ich einmal kurz hier krankenhaus heilend mache ich erstmal die ganzen roten punkte weg einfordern okay sammeln löschen jawohl ok jetzt können wir erforschen da müssen wir gleich einmal kurz kämpfen kein kapp ok ich dachte man müsste kämpfen ok man muss da kämpfen ja angriff marsch gut dass das so schnell geht ok angriff marschieren ok schön einmal einsammeln und einmal angriff ah müsste auch schon fertig sein kommt schon kitzaba Kleinkampf nicht gewonnen? What? Oh weia. Huh? So? Okay. So. Mensch, tue ich mich schwer heute hier. Ich glaube ich muss noch einmal hier ausbilden. Warte mal. Erstmal verbessern? Geht noch nicht. Dann ausbilden. Krankenhaus. Eilen. Einer. Na gut. Dann würde ich sagen, ich schalte die Mail von Frau frei und das war's heute. Ich hoffe mal, aber am nächsten Mal ist dann dieser Account noch da. Nicht, dass ich wieder von neu anfangen muss. Schließe Kapitel. Ah, okay. Ich muss erst das Kapitel abschließen. Kapitel. Ein Helden auf Level 5. 1, 2 und 5. 1, 2 und 5. Ich. Na dann, hauen wir mal rein hier. So geht er zurück. So auch. Okay. Geht drauf. Okay. Geht drauf. 24. 24. Achso. Mauer weg. Einmal am Fuß geschossen. Einmal am Fuß geschossen. Einmal am Fuß. Und jetzt endlich die Mail von Frau. Die Kron ist auch voll. Schön. Video angucken. Okay. Das war das Video. Mal kurz mit der Mail von Frau quatschen. Kapitel 4. Überspringen wir. Ja. Wir wissen es. Meine Frau. Zack. Da ist sie. Hallo. Ein Geschenk für dich. Ich besitze zwei Muscheln. Okay. Okay. So. Geschenk abgeben. Noch eine Muschel. Und das war's. Gut. Dann beende ich mal das Spiel. Hol' mein Ticket ab und sage Dankeschön fürs Zuschauen. Ich würde mich freuen, wenn ihr dabei seid. Bis dann. Ich wünsche euch viel Spaß. Und auf Wiedersehen. Tschüss. Tschüss. Tschüss.